Hier haben wir den Mikrowellenofen, schauen wir mal, wie gut der abschirmt, wenn ein WLAN drin ist. Hier sehen Sie, habe ich das WLAN in Betrieb, der Ofen ist zu, schauen wir mal, ah, Sie sehen, das kommt noch durch, locker 0,3, machen wir auf, haben wir die ganze Power des WLANs, machen wir wieder zu, hält ein bisschen was ab, aber man sollte sich nicht vor dem Ofen befinden, wenn er läuft. Interessant ist, dass das 2,4 noch durchkommt und das 5 GHz hält er ab, wenn er geschlossen ist. Aber 2,4 kommt durch und 2,4 wäre ja wichtig, weil der Mikrowellenofen auch mit 2,4 GHz läuft. Absolut undicht. Hier sehen Sie, geschlossen. Man bräuchte hier mehrere Schichten Alu-Mückengitter. Sehen Sie, sind jetzt 5 Schichten Alu-Mückengitter noch davor, da kommt man in den normalen Bereich. 5 Schichten Alu-Mückengitter. Aber das Gitter innerhalb der Scheibe nützt überhaupt nichts. Ganz minim. Sehen Sie. Und offen haben Sie die volle Power. 2 Schichten Alu-Mückengitter. 3 Schichten Alu-Mückeng sitten. 1 Schichten Alu-Mückengushand.